Ich glaube, das ultimative Ziel ist, dass der Krieg wieder aus Europa verbannt wird. Wenn der Krieg bleibt, wenn er sich lohnt, wenn er sich auch nur ein bisschen lohnt, dann wird der Krieg wieder heimisch in Europa werden und dann wird er hier sein und sein Unwesen treiben. Das werden sie erst mal nur mit militärischer Verteidigung schaffen und dann muss die Politik und die Diplomatie kommen. Das Militär löst den Konflikt nicht, aber es ermöglicht die Lösung.